Die meisten sind schon fort. 60.000 Vietnamesen lebten 1989 in der DDR. Als Arbeitskräfte waren sie durch das Regierungsabkommen zwischen der DDR und Vietnam hergeholt worden. Rund 14.000 sind noch hier. 80% von ihnen sind arbeitslos. Eine Geschichte geht zu Ende. Die Geschichte der gegenseitigen Hilfe zweier Bruderländer. Zur Information sind 11. Oben geschafft. Aufmerksamkeit und durch Video zur Information gebildet. Mit dem Stein Mit dem Stein Und mit der Schleuder Flug ein Star mit Polian Heute schlägt er mit Raketen Weil er Klassenbrüder hat Alle auf die Straße Rot ist der Mai Alle auf die Straße Saigon ist frei Alle auf die Straße Rot ist der Mai Alle auf die Straße Saigon ist frei Unsere Siegesfahnen wehen Unsere Siegesfahnen wehen Auf der Straße vom Balkon Auf der Straße vom Balkon In Berlin, Hanoi und Moskau In Berlin, Hanoi und Moskau Und schon jetzt ab in Saigon Alle auf die Straße Rot ist der Mai Alle auf die Straße Saigon ist frei Alle auf die Straße Rot ist der Mai Alle auf die Straße Saigon ist frei Wenn es nach der Siegesfeier Wenn es nach der Siegesfeier Wieder an die Arbeit geht Wieder an die Arbeit geht Brauchen wir Tanzgenossen Brauchen wir Tanzgenossen Unsere Solidarität Toe Was ist das für die Straße Da ist es nicht mehr Was ist die Straße Ich bin Da ist das für die Straße Nachdem wir das Klingel gehört haben, ist mein Bruder an die Tür gegangen. Er dachte, es sind deutsche Kollegen aus dem Betrieb. Als er die Tür aufmachte, sah er vier Übliche mit maskierten Gesichtern. Sie bekannten sofort, ihn anzugreifen. Sie nahmen seinen Kopf in die Sange, wückten ihn und schlucken ihn in sein Gesicht. Sie versuchten auch, sein Gesicht mit dem Tuch zu bedecken. Er lief ins Zimmer und schrie nach Hilfe. Zwei Jugendliche bedrohten meinen Bruder mit dem Messer und drängten ihn in die Siemerecke. Ich sprang aus dem Bett und habe meinen Bruder verteidigt, indem ich zurückgeschlagen habe. Mein Bruder war von dem Angriff so überrascht, dass er sich nicht wehrte. Ich musste verhindern, dass mein Bruder von ihnen erstochen wird. Während ich mit ihnen kämpfte, holte der eine in den Schlagring heraus. Er wollte somit die Schranktür aufbrechen. Dabei ging der Schlagring kaputt. Somit konnten sie nicht an unser Geld heran. Ich wehrte sie sehr stark ab. Dabei stachen sie mehrmals mit dem Messer auf mich ein. Das Ganze hatte 20 Minuten gedauert. Ich konnte sie nur bis zur Straßenbahnhaltestelle verfolgen, da ich barfuß war. Währenddessen wehrte mein Bruder die beiden anderen, die ihn mit dem Messer stechen wollten, mit der Decke ab. Dann rannten sie zum Fallstuhl. Mein Bruder hielt sie fest, indem er die Tür vom Fallstuhl aufhielt. Während ich noch an der Haltestelle war, wurden die beiden von unseren Leuten festgehalten, bis die Polizei kam. Von den Verletzungen an mit dem Arm und am Auge wurden Tröntelbilder angefertigt. Hier hat mich der Schlagring getroffen. Seitdem verschlechtert sich diese Kraft meines Lieblingsautos. Ich wurde auch nicht über den Stand der Ermittlungen informiert. Die Täter wurden nicht zur Verantwortung gezogen. Seit dem Herbst 1989 haben sich neue Alltagsregeln für Ausländer ergeben. Besuche bei Freunden werden rechtzeitig abgebrochen, abendliche Verabredungen oft gar nicht erst getroffen. Nach Einbruch der Dunkelheit werden öffentliche Verkehrsmittel gemieden. Wer ein Auto hat, holt Leute ab und bringt sie wieder zurück. Die Allerweltsfrage, bringst du mich, holst du mich ab, ist nicht mehr harmlos. Sie beinhaltet ein gemeinsames Schutzdenken. Nächtliche S-Bahn-Fahrten widersprechen jeglicher Vernunft. Ein Betrieb östlich Berlins erlaubt seinen vietnamesischen Mitarbeitern, nach der Nachtschicht gegen zwei Uhr bis zum Morgen dazubleiben. Ungeschriebene Ausgangssperren. Wir haben im Sommer 1989 einen Betrieb kennengelernt. Wir arbeiten zusammen in einer Abteilung im ERW. Bist du jetzt hier bei Ihnen? Ja, ich bleib hier. Ich hab hier fünf Familien, Kinder. Und ich fühle mich auch voll hier eigentlich. Wie sind es hier mit den Leuten in der Umgebung oder überhaupt mit der Relation auf euch? Also hier in Trieb durch Hüttelt eigentlich. Die Leute sind auch ganz... Also zu uns hat Gingabe bei dir gesagt. Wenn man jetzt da alles im Fernsehen oder Zeitungen lesen und was passiert auf der Straße, ist auch ganz schön gefährlich für Ausländer eigentlich. Wir können jetzt sowieso nicht zusammen, wir gehen hier wegen der Reward. Und manchmal, wenn ich weggehen muss, dann muss ich auch machen. Ja, und wenn es spielen wird, dann halt natürlich Angst, das ist klar. Also, gerade jetzt beim Deutschen nicht so mehr. Aber wenn es dunkel ist und so, dann denke ich, er kommt nicht und geht irgendwo zusammengeschlagen auf den Bahnhof. Das war auch noch 1989, da waren wir mal in Weimar. Wisst ihr nicht mehr? Ja, da. In der Metropa, da waren so alte Männer. Also, die sagten, kamen an unseren Tisch und wollten gleich losschlagen hier. Und wie haben sie gesagt? Die Ausländer nehmen unsere Frauen weg. Naja, die sind super young. Ja, ab hier rollt praktisch. Welchen Unterschied siehst du zwischen deinem Leben hier und dem Leben deiner Landsleute in Wohnheimen? Ja, natürlich, es gibt einen großen Unterschied. Weil die Leute da müssen auch ganz mehr Miete bezahlen als wir. Und auf der anderen Seite haben sie auch nicht so die Freiheit wie hier. Nein, nicht. Sie leben zusammen in einem Zimmer, ist schon ein. Und jeder macht für sich schon. Das ist ein Problem, aber... Ja, drei Leute in einem Zimmer und zehn in so einer Wohnung tut ja auch nicht. Hast du Sehnsucht nach Vietnam? Ja, manchmal an Schulen. In Vietnam habe ich keine richtige Arbeit, was ich studiert habe. Und dort fand ich so einsam und ich habe keine, meine eigene Gesellschaft gefunden. Und ich bin, ich habe gedacht, dass ich schon wie ein Fremder in Vietnam geworden bin. Und deshalb habe ich versucht, wieder nach Deutschland zurückzufahren, zu kommen und dort ein bisschen mehr zu leisten, mehr zu machen. Worin hast du gemerkt, dass du ein Fremder bist? Ja, das ist im Leben, ja. Auch hier, sogar für meinen Vater, auch für meine Mutter, sowas, auch die Verwandte, Beziehung, auch die Kollegen in meinen Institutionen. Und man redet und man denkt auch anders als ich. Und das hängt mit deiner Zeit hier zusammen? Klar, ja. Wir sind im 18. Lebensjahr in die DDR so eingereist. Und das ist so ein Alter, in dem sich die Persönlichkeit eines Menschen noch nicht so herausgebildet. Und erst im Laufe der Zeit und im Laufe des Studiums wird diese Persönlichkeit oder Individualität so geprägt. Ich denke einfach daher, also, wenn ich nach dem Studium nach Hause zurückkehre, dann brauche ich sehr viele Anstrengungen und Kraft und sogar Unterstützung von außen, um wieder so in die Gesellschaft so in Vietnam integrieren zu können. Und der weitere Aufenthalt in Europa bietet mir viel mehr Möglichkeiten, also zur Selbstdurchsetzung oder zur Selbstverwirklichung, dass ich hier viele Ideen entwickeln kann. Was glaubt ihr beide bewegt viele Vietnamesen dazu, zumindest noch eine Zeit lang bleiben zu wollen, auch wenn sie arbeitslos sind? Ich weiß, dass viele Vietnamesen zurzeit so im Arbeiterwohnheim einen sehr schweren Alltag haben, ja. So viele haben die Arbeit verloren, so grundlos so aus dem Betrieb entlassen. Und sie bekommen kaum genügend Unterstützung vonseiten des Staates. Aber sie versuchen nun so bescheidenzunehmen, Geld zu sparen oder verdienen, um ihre Familie zu Hause zu unterstützen. Und sie bekommen die Arbeit verloren. Und dann weiter in der außen... Und dann weiter in der außen... Auch diese Geschichte geht zu Ende. Die Unterbringung der Vietnamesen auf 5 Quadratmeter pro Person kostete früher schon das Sechsfache von DDR-Mietpreisen. Seit der Umwandlung der Wohnheimverwaltung in eine GmbH wurde durch wegfallende Subventionen dieser Preis ins Marktwirtschaftliche übersetzt. Und liegt jetzt bei 230 Mark für einen Bettenplatz. Das, obwohl im Einigungsvertrag bis Ende 1991 Mietpreisbindung in der Ex-DDR festgeschrieben ist. Die Verantwortung für diese Situation liegt beim Land Berlin, dass Gesellschafter der Arbeitnehmerwohnungsbauten Gesellschaft ist. Durchgesetzt werden diese Mietforderungen von der AWG. Das Problem entstand zum Ende des vergangenen Jahres. Die Betriebe haben die Vietnamesen gekündigt. Die Betriebe haben die Mietverträge, die sie mit uns abgeschlossen hatten, mit der AWG gekündigt. So dass die Vietnamesen zu dem Zeitpunkt in einem rechtlosen Zustand waren. Sie hatten also keine Unterkunft. Da durch die Stadt keine Lösung herbeigeführt werden konnte, hat sich die AWG bemüht. Und hat entgegen unserem Gesellschaftszweck Arbeitnehmern Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Diesen arbeitslosen Vietnamesen einen Wohnraum zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist, dass für den geretteten Wohnheimplatz über die Hälfte des Arbeitslosengeldes an Miete drauf geht. Von dem Rest kann kein Mensch leben. Diese Wohnsituation ist die krasseste Aufforderung von Seiten der Institutionen an die Vietnamesen, das Land zu verlassen. Laut Verordnung können sie auch bei Arbeitslosigkeit bis zum jeweiligen Vertragsende hierbleiben. In der Praxis aber wird mit allen möglichen Mitteln ihre baldige Ausreise durchgesetzt. Im Wohnheim in der Glückaufstraße wurde ein Jugend- und Freizeitclub von Hausmeister und Vietnamesen zusammen aufgebaut. Auch die deutschen Jugendlichen aus der Nachbarschaft kamen hierher. Der Club wurde geschlossen. Warum? Der Club wurde geschlossen, weil die Bauaufsicht die Auflage dazu erteilt hat, weil die Fluchtwege nicht vorhanden waren, der zweite Fluchtweg war nicht da und die Deckenhöhen nicht ausgereicht haben. Könnte die AWG ein Alternativangebot für Räume machen? Dazu sind wir derzeit nicht in der Lage, weil uns keine Räume zur Verfügung stehen, die dazu genutzt werden könnten. Die Fluchtwege nicht in der Lage sind, die Fluchtwege nicht in der Lage sind, die Fluchtwege nicht in der Lage sind. Die Fluchtwege nicht in der Lage sind, die Fluchtwege nicht in der Lage sind, die Fluchtwege nicht in der Lage sind. es ja eigentlich nicht gestattet, Kinder zu bekommen. Es war verboten und wurde bestraft mit Rückführung ins Heimatland. Beziehungsweise die Frauen wurden dazu gedrängt, wenn sie schwanger waren, abzutreiben. Jetzt ist es möglich, dass sie Kinder bekommen. Aber natürlich, so wie es auch bei deutschen Frauen ist, die Frauen sind zum Schluss die letzten, die sowieso dran sind. Also das sind die englischen Verlierer, die Frauen und die Kinder. Und die Ausländer Frauen und Kinder sind dennoch die am meisten, die, ich würde mal auf Deutsch sagen, im Hintergekniffen sind. Betriebe versuchen sich nicht an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Das heißt, Kündigungsschutz wird nicht eingehalten. Zahlungen werden nicht gemacht, die eigentlich ihnen zustehen und die Frauen sind irgendwo immer gebunden. Sie können nicht einfach so losrennen und zu Behörden gehen und weiß ich, weil sie ja immer noch das Kind auch noch betreuen müssen und pflegen müssen. Wo ist denn die Mutti dazu? Melle. Ach da. So, wichtig ist alles. Und deswegen haben wir diese Mütterberatung eingerichtet, um einmal ihnen zu zeigen, wie pflegt man eigentlich richtig ein Kind und andererseits, dass die Frauen untereinander ins Gespräch kommen und ihre Probleme rauslassen. Zum Beispiel, dass sie monatelang oder wochenlang kein Pfennig Geld mehr haben oder dass die Kinder nicht mein eigenes Bett zum Schlafen haben. Und an solche Probleme kommt man sonst nicht dran. Aber insgesamt, es trifft auch für die deutschen Frauen zu, ist vorrangig in der Textilindustrie der Verdienst sehr runtergegangen, sodass teilweise Verdienste inzwischen 400 und 600 Mark zustande kommen. Und bei einer Wohnungsmiete für eine Einraumwohnung von 450 Mark bleibt da kaum noch was zum Leben übrig, sodass die Frauen eigentlich gezwungen sind, irgendetwas zu tun. Sie haben einen anderen Einfluss in ihrer ganzen Persönlichkeitsentwicklung genossen, wie die, die noch zu Hause sind. Sie kleiden sich anders. Sie tragen nicht mehr diese traditionellen langen Haare. Sie sind in ihrer Persönlichkeit selbstständiger geworden. Man schneidet sie zu Hause doch sehr. Und dieses demütige Verhalten einer traditionell vietnamesischen Frau bringen sie nicht mehr wieder mit nach Hause. Vielen Dank. 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 Alle haben mehr Gepäck dabei als zugelassen. Der Umzug nach jahrelanger Arbeit von einem reichen Weltheld in einem Armen bringt das mit sich, was in der Amtssprache über Gepäck heißt. der Preis ist ganz normal von der Vereinigung der Luftfahrtgesellschaften vorgeschrieben, alle mehr. Wenn Sie das jetzt hinterher schicken? Das lohnt sich auch noch nicht. Der Wert von der Waage selbst ist nicht mal ein Viertel oder ein Viertel von der Transportkosten. Unser Körpergewicht ist es zum Vergleich mit den Oberbären. Niemandem aus der Gruppe ist es möglich in Sekunden zu entscheiden, was zurückgelassen wird. Sie beschließen nichts zurückzulassen, sondern zu warten bis zur letzten Minute. Der Betrieb zahlt die Abfindung in Dollar erst im Transitraum. Begründung, es gibt Leute, die die Abfindung kassieren und einfach hier bleiben. Diese Prämie gibt es nur bei sofortiger Ausreise. Len, Len, Passwort. Len ist nervös. So, Len, zeig mal bitte. Langs, ruhig. So, Len, jetzt ist mal. Bitte schön. Hier guck, eins, sechs, 83. Oh, zwei. Ja, eins, guck mal bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 50, 70, 80, 81, 82, 83. Und hier, steck das in die Tasche und mach zu. Ja. Schön. Tschüss. So, das wäre neune. Mach's gut, tschüss. Die kommen nicht mit. Wir müssen doch warten, ne? Neun, neun. Wer ist mir da? Ja. Die Hälfte. Und wir hatten aber eine Information, dass 23 Mark pro über Kilo und damit, da haben sie schriftlich belehrt, alles, und danach müssen wir uns hier drauf verlassen. Von wem haben Sie diese Informationen? Von unserer Fluchtgesellschaft, ist es vereinbarbar, im Vertrag. Zeig mal bitte Passport. Zeig mal's gut. Da, da, da. Ich weiß nicht, weil es nicht mehr gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017